Um die Einstellungen für den Spam-Empfang zu ändern, klicken Sie bitte auf den Ordner Spam-Verdach. Einstellungen des Spam-Filters ändern. Jetzt wird nochmal das Passwort verlangt. Dann stellen Sie bitte hier den Punkt auf Zustellen im Ordner Spam-Verdach. Einfach hier anklicken, damit Sie die Spam-Verdächtigen E-Mails erhalten. Wenn meine E-Mails wieder bei Ihnen zugestellt werden, können Sie das später auch wieder umstellen und auf direkt abweisen. Aber momentan brauchen wir mal die Einstellung Zustellung im Ordner Spam-Verdach. Dies bestätigen Sie bitte mit OK und dann melden Sie sich bei mir und schicke ich Ihnen nochmal die E-Mail zu. Vielen Dank für Ihre Geduld.